Seid gegrüßt und herzlich willkommen zum Verkaufsstart des OMS Kalenders für 2024. Mit diesem Kalender erwarten euch 13 exklusive und abwechslungsreiche Videos in gewohnter Qualität mit insgesamt 5 Stunden Laufzeit. Auch meine atemberaubende Besteigung der Zugspitze über das Höllental werdet ihr in diesem Kalender finden. Abrufbar sind die Videos via QR-Code immer zum ersten des Monats. Aufgrund der erhöhten Nachfrage gibt es den Kalender auch in der Special Edition mit den Videos von 2023. Damit erhaltet ihr zusätzlich 3 Stunden 50 Minuten exklusives Videomaterial. Auch die Zugspitzbesteigung über das Rheintal ist dabei. Als weiteres Special biete ich dieses Jahr eine persönliche Sammelübergabe in Köln an und zwar am Sonntag, den 17.12. um 18 Uhr. Bekanntgabe des genauen Treffpunktes erfolgt nach Geldeingang. Gerne schreibe ich auch handschriftlich eine Widmung oder Grüße in den Kalender. Zur Bestellung schreibt ihr mir eine Bestell-E-Mail an omskalender2024 at gmail.com. Einzelheiten zur Bezahlung, Versand, Signatur usw. klären wir dann. Auch dieses Jahr wird es keine automatische Bestellplattform geben. Vom Bestellvorgang bis zum Versand erledige ich alles händisch, sodass ihr einen Kalender mit maximal persönlicher Note von mir erhalten werdet. Ich bitte um Geduld, falls der Versand etwas länger dauern wird. Versandbeginn ist Donnerstag, der 12.10.23. Erfreulicherweise sind die Preise im Vergleich zum letzten Jahr konstant geblieben. Das bedeutet 19,95 bzw. 18,95 für Kanalmitglieder für den normalen Kalender oder alternativ 34,95 bzw. 32,95 für Kanalmitglieder für die Special Edition. Alle Preise verstehen sich inklusive Versand. Wollt ihr den Kalender verschenken? Kein Problem. Für 1,50 Euro Aufpreis verpacke ich den Kalender wahlweise weihnachtlich oder neutral. Ein Schleifchen gibt es auch dazu. Das Wort. Ich freue mich auf eure Bestellungen. Mardet jod.